Hallo und herzlich willkommen bei GTA V und Liner. Heute spielen wir die Destiny Mode Collection Time 6 und wir haben alle einen Koffer mit Punkt und ja, wir müssen die Gegner killen und den Punkt holen. Ja, wenn du die Punkte hast, ja, der meiste Punkt hat gewonnen, aber ja, du kannst auch die Punkte verlieren, wenn du natürlich stirbst. Die holen die Punkte. So, dann sieht man ganz schnell, wie der Gründer ist schon auf dem Bildchen hier. Denkst du auf dem Neff? So, was sind die denn? Ah, da sind ich mit einem Punkt, das siehst du schon. Ja, das habe ich gar nicht geschafft. Ja, naja, ich habe ja gerade auf der letzten Sekunde kannst du noch fliehen. Ich habe der letzten paar Runden gehabt. Alter, das Problem ist, nur mit diesem Spiel ist das für die Chirica. Ich habe so viel Chirica gesehen hier. Das ist leider so. Das ist schade, aber egal. Ja, die andere Team hat schon 10 Punkte. Und wenn du die 30 Sekunden festhalsst, dann hast du gewonnen, wer immer. Das siehst du schon. Jetzt nicht mehr. Ah, unser Team ist nicht so gut. Oh, Mann. Ja, das ist immer irgendwie. Meine Pfosten. 3-3 jetzt. Wir müssen den Koffer holen, den grünen Koffer. Da sind ja richtige Punkte drin. So. Da habe ich schon ein Punkt weggeschossen. Ja, wir haben jetzt. Wie viele Punkte? Aufpassen. Dass wir nicht geschossen werden. Wir haben jetzt ein Punkt geholt. Und wir haben zusammen drei. Wir haben noch angeguckt, zwei Punkte. Jetzt muss ich aufpassen. Was ist er denn? Ja, hier bin ich. Storben? Scheiße. Jetzt legt drei Punkte. Und dann holt er andere Punkte ab. Warte, kacke, ey. Das kann doch nicht sein, oder? Die haben null Punkte. Die haben ja wieder neun Punkte. Heute geht gar nicht. Ich hab so viel verloren, ey, heute. Was ist denn heute alle wieder, ey? Ja, hier haben wir schon Punkte. Da sind alle Punkte. Da sind alle Punkte da. Siehst du, da liegt ja überall liegt ja Punkte. Ja. Du kannst ja jetzt alle Punkte holen, dann hat er ja gesehen. Der letzte 10, 20 Sekunden muss den Punkt holen. Dann. Da liegt er schon am Punkt. Wir haben jetzt einen Punkt geholt. Und den anderen haben neun. Soll ich bin der einzige, der noch Punkte hat. Irgendwie würde ich ganz schnell sterben. Oh. Da liegen ja alle Punkte da. Siehst du auch. Ich kann das denn. Der ist irgendwie ist da. Ich kann das denn. Der ist irgendwie ist ein Schieter dran. Das kann doch nicht sein. Da ist er aller. Da liegen alle Punkte da. Ganz klar. Siehst du auch. Die laufen dann nach die Punkte hin. Äh. Da war ein Punkt der Linker. Wir haben jetzt vier Punkte. Die anderen haben wieder fünf. Äh. Wir haben jetzt einen Schneiber, der Vogel. Da kannst du nix gegen machen, ey. Der ist so ätzend. Der da ist der Vogel bei der der Mannheim war der Immerhin. Da hvad ist er denn? Das ist ein die haben wir mal gekillt ich habe keine Punkte überhaupt, das stimmt wir haben nur 35 Sekunden, wir haben 9 Punkte, das geht ja gar nicht ah, das können wir vergessen hier meine Fresser verlieren wir die wieder runter nee, jetzt haben wir alle noch keine Punkte mehr komm, Orange Team hol die Punkte die muss mal killen oh, hol die Punkte alle meine Freunde wir haben jetzt einen Punkt und wir haben die runter verloren oder was? nee, wir haben runter gewonnen hat die Punkte mitgezählt von meinen Punkten? irgendwie, hat ihr was gehört? nee, leider nicht ja, mal gucken wir haben ja runter gewonnen oder? so, nächster Hunger ja, das ist ganz wichtig du musst zusammen arbeiten am Ende aber jeder arbeitet für sich hier und das ist ein bisschen schwierig und ja, du siehst da der kann auf die letzte Sekunde der kann das Hasbekanze verlieren am Anfang sagt noch gar nichts kann sie hinlaufen, aber wird sie eh erschossen kann sie hinlaufen, aber wird sie eh erschossen da liegen noch mehr Koffer da liegen noch mehr Koffer so, hier liegt ja schon ein Koffer da meine die können die so gut schießen ich schieße auch und die können nicht tot da kann doch nicht sein, oder? da können doch nur Cheater sein meine Güte, ey so, dann guck mal die kommen jetzt schon wieder angelaufen da ist schon wieder an, hä? meine Fässer so, unsere schöne Granate hinschmeißen so, die ist auch gestorben fuck nein, wir haben jetzt zwei Punkte so, lassen wir mal schnell, schnell die Koffer holen und dann weg hier wir haben jetzt zwei Punkte, ein Punkt dann liegt da mehr Punkte, die holen wir kurz wenn wir es schaffen, zu holen das eine in Container der hatte schon geholt so, jetzt haben wir so, jetzt haben wir ein Punkt geholt da liegen noch mehr Punkte da irgendwie so, wir gehen mal wir haben jetzt vier Punkte jetzt muss wir verpissen Gott, ist das Taktik, weil sonst verlieren wir das jetzt bleiben wir mal kurz hier das ist besser und dann haben wir schön drei Punkte ha 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 wir haben noch zwei wir haben noch zweieinhalb Minuten aber es ist besser, dass wir uns nicht sehen geht da ganz gut aus, ja ich sehe hier, Strom hier ich höre mal gegen schießen also explodieren das wäre geil natürlich ein GTA 5 oder so irgendwie das dann explodiert oder so dass hier Strom ausgeht hier ja wir bleiben hier wir müssen ich glaube das ist die Taktik du musst ja nicht wenn du Punkte hast hier bleiben da ist schon einer hier wurden geschossen ja jetzt haben wir noch zwei Minuten das sollen wir machen ja da kommt schon einer an wir haben jetzt sieben Punkte wir haben jetzt sieben Punkte das geht gar nicht wir haben drei Punkte ich muss aufpassen aufpassen ja wo sind die jetzt? ja killen ja die sind gekillt wir haben jetzt immer drei Punkte die haben jetzt sieben Punkte komm jungs hol den Punkt ja die hat auch geschossen da liegen noch mehr Koffer aber wir haben jetzt drei und wir haben null das ist richtig schön doch eine Minute wir sollten mal verteidigen nicht angreifen guck mal das sieht doch geil aus oder wir haben jetzt hier nur sieben Punkte scheiße wo sind die jetzt? ja gekillt nice jetzt muss man die unterholen wo sind die denn? alle scheiße der muss hier runter nicht verlieren man hol die Punkte das kann doch nicht sein oder? meine Fresse verlieren da auch noch ey das kann doch nicht sein oder? eine kacke ey wir haben die verloren verloren ja ja wir haben jetzt drei Punkte geholt und zwei Kills na nächster Runder muss man gewinnen der nächste Runder wird auch Wetsch gewinnen ich bin auch richtig gespannt wir geben Vollgas ja sicher ja ha 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 so 103 jetzt muss wir Gas gehen jetzt muss wir das holen ich hab schon drei Punkte geholt ja wenn du Punkte hast musst du irgendwie weg weil das hab ich schon gesehen am Ende letzte Minute und letzte zwei Minuten musst du dich befissen wenn du mit vier Punkte Punkte hast die anderen sollen die anderen abnehmen ich glaub das ist ja richtige Taktik weil sonst geht das nicht weil ja jede Arbeit sind für sich da kannst du nicht vergessen dann wird dir beschossen ja egal ist auch nicht schlimm da geht nicht so der Vogel ja der ist tot die hunde pump mal kurz ja jetzt nicht mehr jetzt haben die zwei die haben vier Punkte da liegen alle Punkte da siehst du auch die dringenden Koffer so die haben wir mal geholt neiner fesse der der kann doch richtig schießen der Vogel oder geное euer need so da ist schon einer da wir haben auch mal gestorben er hat auch gute ich habe jetzt ein punkt ja ja das ist auch eine der scheiße auch wieder verloren meine gute wiederum verloren wir haben jetzt fünf punkte ja das ist gut ich weiß nicht wo die herkommen aber ja aber sieben aber das kann also in einer sekunde ändern die leute schützen da kommt er da wieder her ja fast gestorben der asyl aber nicht geschafft jetzt muss er noch gewinnen kommen diese meine händler egal ob sache es knallt da muss noch alle da kann er nicht sein oder ja auch gestorben auch gestorben da ist der koffer jetzt ich hoffe wir holen die koffer hat immer eine minuutte wie muss jetzt die punkte holen hier liegen mir ganz viele punkte da meine gute eh jetzt haben wir die punkte wieder weg hier der soll weg ja muss ihm helfen muss ihm helfen egal geht auf team alter nein bleibt damit wir haben jetzt alle punkte noch zehn sekunden noch zehn sekunden jungs bleibt dran komm wir haben hier gewonnen und Match gewinner ja sicher da war richtig geil so und wieviel die dollar wir haben da richtig viel geld gekriegt 58,000 dollar aufgeregt 2 2 2 2 und und wieviel Kills haben wir gemacht ja keine Ahnung wir haben sechs Kills gemacht und die Zusammenwertung ist wir sind dritter geworden das ist ganz gut so ich hoffe ihr habt es gefallen war richtig schöne Runde ja vielleicht sehen wir uns mal in der nächsten Runde auf GTA 5 bis dann ciao ciao